hallo und herzlich willkommen zurück bei the long dark letztes mal haben wir uns schön den sperr geholt und waren oben in dem haus und jetzt geht es daran den zu reparieren ich habe gerade gesehen als sicher stand man kann hier nach oben gehen interessant gibt es hier was bitte sagen wir hier gibt es was kann doch nicht sein dass wir einfach nur so hier aus spaß gut gehen können oder vielleicht auch doch also gut unsere mission ist es den sperr zu reparieren den wir gefunden haben weil der hat nämlich den letzten kampf nicht überlegt dosen öffnen brauche ich kann die dosen auch so aufmachen aber hier habe ich schon reingeguckt pass auf ich bin mal wieder zu schwer ich hatte nur noch 0,01 kilo die ich mitnehmen könnte konnte und die habe ich jetzt überschritten ist natürlich blöd ich können mir hier irgendwie so ein ding kommen ist zwar nicht mehr so gut aber naja jetzt ist wenigstens weg und jetzt sind wir nicht mehr zu schwer ich lege mal das gewehr weg ich würde gern licht machen allerdings ist meine laterne leer gegangen ach hier gibt es ein brecheisen gut ich habe nämlich meins oben gelassen meine laterne ist leer und ich habe zwar eine taschenlampe gefunden aber da ist keine batterie drin und ja vielleicht finden wir hier eine in der werkstatt vielleicht gibt es ja irgendwo eine batterie was gibt es denn hier noch eine kiste die können wir zerlegen brauchen wir aber nicht hier liegt einer hallo was geht hat er was für uns kaputtereitall schaltkasten kann ich zerlegen ja stoff habe ich schon das regal ich kann hier alles zerlegen ist immer gut aber auch ich natürlich nicht es ist echt dunkel soll ich meine signalfackel entzünden die sind halt so laut und das will ich eingehen hat ja jetzt habe ich natürlich mein brecheisen net dabei aber wie gesagt da drüben liegt eins dann holen wir uns doch das einfach geschwind oder das lag hier im auto drin dann sind wir wieder zu schwer ich weiß ich weiß aber das ist mir jetzt einfach egal ich habe genug verbände ich habe tatsächlich einige und da der verstauchte fuß damit schnell behoben ist würde ich sagen eine laterne lampenöl gut leute es gibt doch licht freut euch ach auf einmal sieht man ganz viel guck mal ich habe den metallbehälter auch zum beispiel gar nicht gesehen noch mehr lampenöl arbeitshandschuhe ne ich habe gute handschuhe ähm da liegt auch was warte mal ich mache mal die lampe aus und dann lese ich die notiz waldflüsterer flyer wir müssen uns erheben wir können nicht länger tatenlos zusehen wie die ressourcen unternehmen unsere geliebte insel ausbeuten wenn euch etwas an der rettung von großer bär liegt kommt zur alten hütte am rande des provinzparks von rätselsee die mobilfunk abdeckung hier ist unzureichend daher benutzen wir das turnschuh netzwerk was und vergesst nicht sie beobachten uns vertraut also lieber niemandem äh ok äh nein danke würde ich sagen aber naja gut ich muss echt mir angewöhnt irgendwie eine lichtquelle mitzunehmen oder so weil ich sehe so viel mehr auf einmal zack Tomatensuppe geil die brauche ich nicht energieregel nehme ich mit äh ok das habe ich schon durchsucht den kann man auch noch aufstemmen neuer dicker wollpullover hält den oberkörper auch nass noch warm zeig mal her das ding ich weiß meine lampe brennt noch ich beeil mich oh nice oh ich habe so einer schon oh der ist getragen ablegen ich ziehe den hier an nice so dann gucken wir mal weiter solange wir noch licht haben was gibt es hier schwerer hammer mit halber abbeidung brauchen wir vielleicht nachher hochwertiges werkzeug für die herstellung und reparatur von dingen ich brauche das bestimmt und ich brauche bestimmt auch den hammer und ich brauche hier bestimmt die schmiede schmiedetemperatur müssen wir natürlich erstmal hinkriegen ok pass auf sollen wir das jetzt machen warum nicht wir machen das jetzt ich lösche mal die lampe wieder und dann sammeln wir mal hier die kohle vom boden ich weiß ich bin viel zu schwer ist mir jetzt aber egal wir machen jetzt hier ein feuer erstmal mit einem stock als brennstoff das reicht fürs erste tja so eine hatten wir auch schon verdammt pass auf ich nehme brandbeschleuniger weil ich habe nur noch einen stock ich habe elf brandbeschleuniger guck mal wie schnell das jetzt geht kack so und jetzt schnell bevor es wieder ausgeht äh ah ok der brennt unendlich boah gut ich dachte ich muss den jetzt selber befeuern aber ne ich muss den nur anschalten und dann ja schmiede speerspitze wir brauchen zwei metallschrott und den schweren hammer und das dauert anderthalb stunden stats sind relativ gut wir nehmen uns den schweren hammer äh wobei ich jetzt hier mal kurz ich bin viel zu guck mal 43 von 35 alter ich bin viel zu schwer ich lege mal hier alles ab alles ablegen ähm alle den hammer brauche ich die axe brauche ich nicht äh was ist noch schwer die sturmlaterne ablegen so damit ich ich weiß nicht dass ich irgendwie zusammenbreche während ich das mache hey die brennt ja noch also sieht zumindest so aus ok wir brauchen noch einen metallschrott den kriegen wir aber hier auch bestimmt irgendwo liegt der rum vielleicht soll ich die laterne wieder aufheben ne metallschrott hier liegt er so so schnell kann es gehen und dann fixen wir uns mal kurz hier die speerspitze das schmerzhafte ende eines bärentöterspeers grob gehämmert aber effektiv aus metallschrott hergestellt ne ich mach mir ne neue spitze so sieht's aus her damit ich glaube ich kann blacksmith zu meiner grönen liste mh ja 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 mh ok ich hab ein paar blaupausen freigeschaltet improvisiertes beil improvisiertes messer aus metallschrott dafür brauche ich den hammer ja im grunde genommen ein schweres metallstück mit einer geschärften kante nicht schick aber nützlich ja das ding ist äh das wiegt sogar mehr als mein richtiges beil deswegen nehme ich natürlich das richtige wieder mit aber wir haben jetzt äh die den sperr repariert jetzt warte mal was ist denn jetzt die nächste mission kehre zurück zu jeremiah ach du scheiße ach du scheiße ja 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 wir haben ihn beschafft wir haben ihn repariert das heißt wir müssen jetzt wieder hier durch hier durch und dann nach hier hier ist das ausrufezeichen genau schüsse am see ach genau die die hier ähm mögliche aktivitäten der waldflüsterer genau wir haben hier vorräte waldflüsterer ach die sind auf unterschiedlichen maps verteilt deswegen kam so oft der ton vorhin vorratsverstecke hier die waren schon vorher da auf den aussichtshurm möchte ich irgendwann noch gehen hier müssen wir halt jetzt hin und wieder zurück ne ja ich gehe vorher noch hier zu den vorräten aber es ist relativ spät sonne geht gleich unter ich glaube das mache ich am nächsten tag der ofen brennt hier unendlich das ist sehr gut dadurch wird es hier auch sehr warm meine klamotten sollten jetzt eigentlich auch trocken sein alle sieht gut aus ja äh warte mal wenn ich gerade schon bei klamotten bin wie sind die eigentlich so scheinen alle noch über 50 zu sein ja gut können wir was garen wir können uns eine tomatensuppe machen komm dose aufgeschlagen ach so vielleicht lohnt sich ein dosenöffner doch aber ich kann halt nicht alles mitnehmen ne dadurch habe ich jetzt was verloren ach hier liegt metallschrott noch kann ich noch einen sperr machen ja komm ich mache noch eine die wiegt zwar ein halbes kilo aber hey wenn ich dafür dann noch eine habe vielleicht brauche ich die ja und wenn wir gerade schon mal die schmiede haben so her damit aha gute tomatensuppe jetzt temperatur steigt ja brauchen wir jetzt nicht unbedingt aber dann machen wir mal eben noch eine sperrspitze kann auch hier die stats sehen und hier im notfall abbrechen aber gut jetzt haben wir zwei sperrspitzen sehen wir die hier jetzt die wiegen 0,5 kilo ah ja hier tatsächlich ich weiß nicht ob die uns überhaupt irgendwas bringt oder ob die jetzt quasi sinnlos ist weiß ich nicht keine ahnung ich würde mal kurz hier liegt mein ganzes zeug ich nehme mal die laterne ja ja leiden verstauchungsrisiko ist mir egal ich müsste jetzt einmal was trinken beziehungsweise ich esse vorher was hier so ein Hundefutter hat 500 kalorien das gönnen wir uns doch jetzt sind wir quasi jetzt sind wir sogar fast satt ähm okay Toilette äh oh ich nehme einfach mal alles und 2,3 liter ist halt schon viel vielleicht schütte ich wieder was weg aber erst nachher jetzt gehe ich erst mal schlafen weil hier gibt es doch irgendwo ein Bett habe ich gesehen könnte natürlich auch meinen oh hier ist ja Schnee drin äh ich könnte natürlich auch meinen Schlafsack hier aufstellen aber es gibt hier ja ein Bett also warum nicht das benutzen so es ist dunkel ich weiß jetzt sehe ich nichts mehr aber das Bett finde ich noch Stats sehen gut aus wir schlafen 12 Stunden zack was war das wieder für ein Geräusch war der Strom wieder an bei Nacht waren die Nordlichter wieder da hm okay oh shit ich muss was trinken habe ich gar nicht geguckt nach den 12 Stunden eigentlich muss ich da immer was trinken aber naja wir haben es überlebt also ist es nicht weiter schlimm was ist das hier Buch ne also gut dann pass mal auf sollen wir uns jetzt einfach an die Rückreise wagen ich muss mal kurz auf die Karte gucken ich will vorher noch zu den Vorräten das mache ich auf jeden Fall dann kann ich hier die die Bahngleise zurück in die nächste Karte ne die hier trostloses Marschland ich komme dann hier raus und hier oben gibt es noch einen Funkturm allerdings glaube ich nicht dass es bei dem irgendwas gibt hier unten gibt es auch nichts mehr Arbeiterbaracken da waren wir ich glaube ich laufe auf dem Rückweg einfach mal stumpf die Schienen entlang und bis zu Jeremiah zurück und hier auf der Karte müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen ich könnte mir auch vorstellen dass wir nochmal zurück hier hinkommen vielleicht weiß ich aber nicht oder zumindest in diese Karte weil diese ach hier gibt es noch ein Versteck ja ne das hole ich mir da nicht das ist ein zu großer Umweg ich könnte mir vorstellen dass wir irgendwann mal noch zu den Türmen müssen weil die werden hier ja wohl nicht ohne Grund auf der Karte angezeigt werden deswegen denke ich mal wir haben noch genug Möglichkeiten uns umzuschauen hoffe ich mal äh ja die Kohle die brauche ich jetzt natürlich nicht und jetzt haben wir folgendes Problem ich nehme mal die ganze Kohle weil die liegt hier voll im Weg so ich lege die mal hier drüben hin Kohle ablegen alles ablegen und ich muss jetzt auch den Hammer ablegen auch wenn es mich schmerzt den muss ich leider da lassen äh ich kann hier die ne ich kann das Lampenöl nicht rausholen dann lasse ich die hier einfach liegen ablegen das Brecheisen lasse ich auch liegen riskiere ich jetzt einfach mal ich hoffe ich brauche es nicht und was ist das hier hochwertiges Werkzeug ich kann es zerlegen ne das macht keinen Sinn ich weiß nicht wofür ich das brauche für die Herstellung und Reparatur von Dingen was für ein Dingen keine Ahnung aber ich nehme es mal mit das Problem ist ich muss mein Jagdgewehr wieder mitnehmen und mein Beil eigentlich auch und das heißt wir sind bei 37,88 Kilo was schmeißen wir weg ein Kilo Brandbeschleuniger lohnt sich das die Taschenlampe will ich behalten ach das ist alles nicht so optimal ich werfe mal die Steine weg weil im Idealfall brauche ich die jetzt gar nicht mehr das ist blöd dass er da immer nur einen wegwirft achso ich kann dreimal drauf drücken okay hm Leuchtpistole brauche ich auf jeden Fall ich könnte hier eine Gipfelbrause trinken wobei ne ich hatte ja fast keinen Durst egal trink doch trotzdem leer hm ich habe relativ viele Magnesiumfackeln ich lege mal die wiegen 0,2 komm ich lege noch eine ab ich habe die Leuchtpistole Munition die wäre mir erstmal wichtiger ein bisschen was boah noch noch anderthalb Kilo muss ich ablegen Schwierig also einen halben Liter Wasser kann ich noch wegschütten ein Kilo bin ich immer noch zu schwer Taschenlampe Brandbeschleuniger komm ich lege 5 Brandbeschleuniger weg weil ich benutze die nie könnte ich aber mal machen jetzt dann lohnt sich's wenigstens ich habe jetzt halt auch voll viel Lampenöl dabei aber das möchte ich auch behalten weil ich mir eventuell wieder eine Fackel machen muss was lege ich weg das ist wirklich schwierig da fände ich es cool wenn man irgendwann wenn man irgendwie keine Ahnung mehr mitnehmen könnte sei es jetzt durch ein Upgrade oder sowas das wäre schön das lege ich weg einen Stock ne den Stock brauche ich oder komm leg einfach alles weg also kann ich auch essen her damit äh das da wiegt alles nix das brauche ich eigentlich brauche ich mich gar nicht drum kümmern ich weiß die Menge macht's am Ende aber komm ich esse hier ein paar Schokoriegel okay das hat gereicht jetzt bin ich aber gut okay jetzt hat er wieder ablegen ich lege einen halben Liter wieder ab komm ich dachte der schüttet es dann weg aber ne der stellt es dann als Wasserflasche hier hin das ist gar nicht schlecht also falls wir hier mal wieder hinkommen ein paar Sachen liegen hier noch rum hoffentlich brauchen wir es nicht so dringend ähm im Kühlschrank liegt noch was aber ne ich muss jetzt gehen wirklich ich hoffe ich hab hier nix verpasst oder so war ich überall ich war da hinten in dem Raum ich hoffe ich hab nix verpasst also es gibt noch so ein paar Schubladen die ich jetzt nicht durchsucht hab ne ähm hier dieses Zeug ich glaub da hab ich jetzt noch nicht reingeguckt ne aber ist halt auch so ne Sache da ist scheiße Lampenöl nehm ich mit noch mehr Lampenöl kacke noch mehr Lampenöl wenn jetzt noch mehr Lampenöl drin ist ne das hab ich schon ja mischt jetzt bin ich wieder zu boah ich hab was wie viel aber viel Lampenöl das ist gemein das Lampenöl würde ich gern behalten ich mein ich hab zwar keine Lampe aber äh da kann ich mir da Fackeln draus machen komm weg damit diese zweite Speerspitze die brauchen wir wirklich nicht dann lege ich noch ich muss leider Lampenöl weglegen ich hab so viel davon und ja Feuertonne können wir Feuer machen ja das Ding ist vielleicht hab ich was übersehen ich hoffe es ist nix Story relevantes falls ich was übersehen hab sondern vielleicht irgendwelche Vorräte oder so weil ehrlich gesagt na guck dir mal mein Inventar an ich könnte eh nix mehr mitnehmen deswegen bin ich da jetzt gar nicht mal so traurig dass ich vielleicht Vorräte übersehe ups beziehungsweise ich geh jetzt raus zu den anderen Vorräten noch wie spät haben wir es denn oh schon wieder voll spät mhm das ist nicht gut wie ist das Wetter es schneit natürlich schneit's ok pass auf aha ok ich kann den tatsächlich werfen ich würde mal die Leuchtpistole equipen und jetzt geh ich mal hier entlang komm ich renne mal ein bisschen ich weiß dadurch werde ich schneller müde aber es dauert hier alles immer ziemlich lang da ist kaputt komm ich da raus ich bin gleich da da komm ich raus äh bin ich da ah ja hier ist es Streichhölzer ich hab so viele nee Brandbeschleuniger nee Holzbrick hat Holzbegrät nee Lampenöl nee ok ich musste leider nichts davon mitnehmen also ich hab einfach keinen Platz und es war nichts wichtiges es wäre es sind generell so Basics zum Überleben das ist sehr gut ähm und vielleicht komm ich ja irgendwann mal darauf wieder zurück aber es ist einfach der da shit lad nach schnell 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 shit verstaucht das Handgelenk und Schmerzen ok kriegen wir hin ich hab wo sind meine ganzen Verbände ich glaub das Ding ist einfach nur voll hier sind Verbände verwenden für linke Hand verstaucht das Handgelenk haben wir geheilt was haben wir noch Schmerzen mit Schmerzmitteln ähm Schmerzmittel haben wir relativ viele sogar so so damit sind wir wieder geheilt boah diese blöden Wölfe ey und vor allem dass die die Waffe nicht geladen war das war extrem dumm jetzt ist sie geladen richtig ich hoffe ich muss nicht mal da lang ja ich muss hier lang ok ok ach ja stimmt äh jetzt komm ich hier war ich noch gar nicht ne hier war ich noch gar nicht weil da oben ne wo war Jeremiah war der da oben hier war ich noch nicht drin ok Gewerbpatrone her damit ne das mit Jeremiah war das auf der Karte hier ich glaub ich glaub der war da oben ne weil ich bin dann anders rum gelaufen weil da ein Wolf war ich bin erstmal die Schienen bis zum Ende hinter gelaufen hm also jetzt bin ich aber mal gespannt ich glaub in dem Auto hab ich da hab ich sogar sogar schon das durchsucht aber selbst wenn nicht naja doch hier war Jeremiah ne irgendwo hier oder weiter vorne oder hier drin ah doch da ist sogar sein Feuer noch er taucht immer irgendwo auf so hier haben wir den Bär gesehen sag bloß ich kann jetzt nicht mehr zurück doch ich kann zurück oje das ist das ne gute Idee ok hart funktioniert ja ich sprinte mal ein bisschen damit wir hier vorankommen ich würde jetzt wirklich mal also jetzt würde ich mich mal vielleicht drauf konzentrieren so schnell wie möglich nach hause zu kommen also zurück zum ach der mich voll erschreckt äh zurück zum Jeremiah weil ich glaub das wird nicht das letzte Mal gewesen sein dass wir da lang laufen und wenn wir dann nochmal lang müssen würde ich eher sagen dann gucken wir dass wir jetzt schnell nach hause kommen und wenn wir das nächste Mal wieder lang laufen dann können wir uns nochmal ein bisschen besser umgucken ich glaub wir laufen nochmal lang deswegen würde ich jetzt auch tatsächlich in der zweiten Map in diesem ne in der Map wo es nichts gibt außer den drei Türmen äh da würde ich einfach mal die Schienen lang laufen ich glaub das macht am meisten Sinn tja wenn ich mich recht erinnere dann äh gibt's da unten in der Schlucht einen Wolf jetzt mal kurz gucken ja da unten läuft er der wird uns eventuell attackieren dann äh haben wir ja unsere Leuchtpistole diesmal zum Glück geladen ich kann sie auch gar nicht mehr neu laden also ist es relativ sicher dass er korrekt geladen wurde äh war hier der Baumstamm wo ich drüber muss oder da ist der Wolf okay der ist äh der ist sauer auf mich pass mal auf ich probier's mal okay na ich treffe den nicht von der Entfernung ganz schön steil hier da hinten ist er mal gucken treffe ich ihn ne 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 ich glaub das ist eine Munitionsverschwendung allerdings muss ich jetzt einmal an dem vorbei der verschanzt sich gerade da hinten wieder in seiner Ecke und im besten Fall sieht er uns jetzt einfach nimmer das sieht gut aus ich lege mal das Gewehr weg ich nehme wieder hier die Leuchtpistole die nimmt nicht so viel die Sicht war denn hier irgendwo Wölfe ich glaub nicht ich glaub in der nächsten Map waren wieder welche jetzt müssten wir ja gleich da vorne ist der Tunnel ne jetzt müssten wir gleich drüben sein 18 von den Leuchtmunitionen ey das ist voll viel eigentlich weil ich vermeide es immer die zu nutzen beziehungsweise vorhin hab ich es auch noch verkackt und hab nicht schnell genug nachgeladen beziehungsweise hab gar nicht nachgeladen und dann während der auf mich zukam erstmal nachgeladen schlechte Idee wie spät haben wir es oh es geht ich weiß nicht manchmal schaffen es noch an diesem einen Tag bis rüber in die letzte Map zu kommen zu Jeremiah ich weiß nicht ich würde es gern also ich würde es gern schaffen aber hm ich weiß ja nicht so okay wir probieren es einfach mal würde ich sagen Pause machen brauchen wir eigentlich nicht Temperatur ist gut ich könnte was essen ich könnte eine Tasse Kaffee trinken ich glaube ich habe noch eine oder auch nicht vielleicht habe ich es auch getrunken äh ich könnte hier mal dieses Ding da trinken komm das ist wichtig zack da ist ein Wolf okay da wird abgelenkt sehr gut ach ja jetzt sind wir wieder hier auf dieser Fläche mit Eis wo wir einbrechen können habe ich jetzt eher weniger Bock drauf was ist das ein Zweig brauche ich nicht Zeternholzlack das letzte Mal auch schon hier an die zwei Metallsplitter da kann ich mich erinnern da scheint irgendein Kadaver rum zu liegen da fliegen nämlich da kreisen die Raben also gut da hinten da in der Ferne sieht man den Funkturm da ist auch noch ein Jägerhochsitz aber ganz ehrlich ich glaube außer Vorräten werden wir da nichts finden und so gerne ich alles angucken möchte ich sehe den Sinn nicht weil ich bin nur noch irgendwie die Hälfte vom Spiel bin ich dabei meinen Rucksack auszusortieren weil alles zu schwer wird und deswegen glaube ich äh macht es zumindest momentan keinen Sinn da hinzulaufen also auch zu dem Jägerhochsitz und zu dem Turm generell nicht ich glaube wir werden da irgendwann noch hinkommen sonst wäre dann das auf der Karte markiert und dann machen wir alles zur rechten Zeit wo da verzieh dich nachladen immer direkt nachladen generell eine gute Idee so der haut jetzt ab allerdings nur bis da ach komm shit hau ab schiss ach ja warte nachladen bloß nicht vergessen so der war jetzt halt schon ein bisschen Pech dass der genau in die Richtung gelaufen ist in die wir auch müssen deswegen hat es jetzt zwei Patronen gekostet da vorne sind gerade ein paar Raben gespawnt oder äh was auch immer da ist ein Wolf der sich da ein bisschen ein Reh gönnt und ich würde sagen der kann net weglaufen also schießen wir den einfach kaputt oder gute Idee ich find's isch ne gute Idee hab ich ihn getroffen weiss er net oh ja oh der ist verletzt glaube ich der arme Wolf der rennt ganz schön weit jetzt der rennt immer noch da hinten jetzt tut mir leid ich hab den angeschossen der rennt immer noch ich nehm mal bitte die Leuchtpistole ich will jetzt auch meine ganze Gewehrmunition verschießen muss ich die neu laden Gipfelbrause trinke ich mal kurz her damit brauche ich zwar eigentlich net aber naja okay da ist ein Rucksack was war das wahrscheinlich nur so ein Fass wieder ne ups nix drin toll boah richtig trostlos alles hier die Schienen komplett mit Schnee bedeckt alles verlassen da hinten ist ein Wolf allerdings sieht er uns nicht zumindest noch nicht und ich muss sagen ich das stresst mich zwar immer übelst wenn so ein Wolf kommt und dann kommt diese ahhh jetzt wird er müde das ist natürlich das Problem ich kann jetzt nix ablegen werde ich jetzt auch nicht ich hab genug Verbände um einen verstauchten Knöchel zu heilen ich hoffe dass es nicht dazu kommt ich wieg nicht viel zu viel deswegen denke ich mal sollte sich alles noch im Rahmen halten und wir sind gleich da ich wird dann bei Jeremiah schlafen und das Ding ist jetzt wird aber langsam ist hier hoher Schnee oder was äh was wollte ich denn grad sagen ich weiß es gar nicht ich hab voll den Faden verloren naja guck mal warum ich stehe jetzt so langsam ist es weil ich zu schwer bin weil ich müde bin könnte beides sein oder es liegt am hohen Schnee kann auch sein aber hey ich bin jetzt doch deutlich besser durchgekommen als ich dachte ich fühle nicht so cocky erwartet dass der da jetzt runter yeetet und mich einfach weghaut ich mein ich hab jetzt meinen Speer ich könnte ihn einfach äh abwerfen damit trostloses Marschland weg damit komm bloß weg sammle Bartflechte um einen natürlich desinfizierenden Verband herzustellen ja das ist auch immer noch diese Nebenmission die ich eigentlich mal machen sollte aber nie mach so wir sind aber endlich bald zurück bei Jeremiah oh dieser Wolf äh was dieser Bär der macht mich fertig ey ich hab so ich bin so davon ausgegangen es kommt jetzt ne Kampfszene ich muss den mit dem Speer abwerfen ey allerdings könnte ich mir vorstellen dass wir den mit Jeremiah zusammen besiegen werden weil eigentlich ist das ja ursprünglich der Kampf von Jeremiah gewesen ich glaub nicht dass wir den jetzt allein zu Ende bringen ist schon die Frage ich muss irgendwie über die Berge drüber ich nehm mal lieber wieder hier das Ding was liegt denn hier Birkenrinde ah ja ja aber irgendwie vielleicht gibt's hier ja doch einen Weg weil als ob es keinen richtigen Weg gibt zu dem Haus das wär ja richtig blöd eigentlich und hier scheint hier hier geht doch einen Weg lang obwohl ne da vorne komm auch da vorne geht's auch wieder hoch die Lage ist nicht so optimal von dem Haus muss ich sagen die Folge hat jetzt wieder Überlänge letztes Mal hab ich noch gesagt oh ich muss mal gucken dass ich die Folgen nicht so lang mach und jetzt ist sie wieder so lang geworden aber ich ich will jetzt auch selber noch also eigentlich möchte ich auch ne Aufnahmepause machen ist jetzt auch schon wieder die die fünfte Folge heute glaube ich oder die vierte die vierte ne die fünfte glaube ich schon und ich sollte auch nicht ganz so viele immer voraus aufnehmen sonst muss ich immer so üblich warten und deswegen ich mach das jetzt noch in diese Folge mit rein so viel Zeit haben wir noch oder dann ist halt wieder 50 Minuten oder so ich denke das ist schon in Ordnung so jetzt sind wir doch relativ gut durchgekommen ne so komme ich hier durch jawohl da ist das Haus jetzt haben wir es ja bald so Endspurt aber nicht in den roten Bereich ich weiß nicht ob wir da noch weiter rennen können vielleicht im Notfall oder so aber so weit ich habe es auch wieder nicht guck mal aber es ist noch nicht mal wirklich es wird noch noch nicht mal dunkel und wir sind schon da voll geil das ging jetzt doch schnell ja gut wenn man straight durchläuft ist man doch relativ fix drüben nur als ich das erste Mal hingelaufen bin habe ich rumgeeiert und oh findest du die Legend vielleicht Bunk aber die Speer ist real vielleicht die Legend ist auch real wir hoffen so für deine ja der Beier ist definitiv tracking me you you have any luck with the radio I did did you see the lights in the night sky the aurora well when that flared up the radio came to life just lit up started spitting out noise but it was all gibberish bits and pieces of things music talking i think it needs more range more powerful signal if we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active we might be able to get a message out let me guess you have an idea you're starting to get it mackenzie i was digging through some old geological survey maps those look like military insignia stamped on there focus mackenzie this survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across great bear now why would those be there good question but for another time we can use these oh each tower has some electronics that would serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay okay well you get me two maybe three of those and i might just be able to rig us up our own signal booster you might huh and i guess i need to do this while old bear decides if i'm going to become the next chapter in his legend don't be silly spence's bear would be long gone by now that was 150 years ago maybe he has i don't know genetic memory ridiculous idea but there's definitely a bear out there and he's definitely interested in you you'll just have to take your chances says the guy safely inside the wooden cabin damn it you think i want to be in here i need to get a message out and this might be the only way what message what does this have to do with me contacting my friend there's more at stake than you and your friend please mckenzie get me those boosters i'll fix the radio and the first call we'll make will be to perseverance mills i promise okay i'm on it i'll be back with the transponder parts watch your back mckenzie what do i have to worry about i have a legendary 150 year old demon bear hungry for my blood bullets don't stop them but i'm armed with basically a medieval weapon which i'm sure will do the trick i'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode and the only people i seem to meet are all slightly crazy and this is all after i crashed and i would really like to find her back ha don't forget about the rules hm let's get on with it good okay alles klar ey kein problem wir laufen einfach nochmal durch die map und äh hier ne da rauschen südostturm rauschen das ist die mission rauschen denke ich südwestturm hier haben wir den nordturm vielleicht ja ähm ja wir müssen zu allen funktürmen hin aber gut ich mein ich ich hab's ja schon geahnt dass wir da noch hin müssen macht ja auch sinn also alles andere hätte mich wirklich gewundert und äh ich mein ist ja logisch dass man da noch hin muss als ob die sonst irgendwelche dinge hier drauf machen auf die karte äh dann können wir hier auch noch das vorwärts versteck plündern falls es sich lohnt das letzte hat sich nicht gelohnt aber man weiß ja nie ja das heißt aber in die letzte karte kommen wir eigentlich nimmer ich glaube da gibt's ist auch wahrscheinlich nimmer großartig hier würde ich auch noch gerne rumlaufen ich weiß nicht ob wir hier noch irgendwelche missionen zu tun haben beim aussicht zum beispiel waren wir gar nicht den würde ich gern noch sehen generell einfach um ihn gesehen zu haben weil ich glaube da gibt's eine coole aussicht ja müssen wir sehen wann wir das mal machen ähm vielleicht machen wir es als nächstes das mit den türmen ich glaube so viel offen ist das gar nicht wir müssen ja nur in anführungszeichen nur einmal im kreis durch die eine map laufen und wir waren schon hier also hier unten waren wir bei dem turm noch nicht da müssen wir gucken dass wir vielleicht am rand mehr entlang laufen wir waren bei diesem turm schon hier oben waren wir noch gar nicht aber da wollten wir eh nochmal hin und dann können wir hoffentlich einen funkspruch absetzen und wer weiß vielleicht kommen wir dann in den nachfolgenden missionen auch nochmal hier hoch vielleicht zu dem turm oder vielleicht müssen wir nochmal in den in den staudamm oder so aber das ist dann die sache von dem nächsten mal dann würde ich sagen tja sind wir mal gespannt wie die geschichte weitergeht oh meine laterne ist noch da sehr gut aber dann würde ich sagen vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen kommentar da oder auch wenn es euch nicht gefallen hat feedback ist immer willkommen bei mir und dann sehen wir uns in der nächsten folge bis dann bis dann bis dann